Jetzt rettriert doch mal dahinten drei Löcher. Wo denn? Ganz hinten. Drei Löcher. Und einer muss ausschöpfen. Matrosen! Junge, wir sind so was drin. Ich hab kein Holz. Ja, schöpf das Wasser weg. Das Wasser weg. Ja, wir gehen schon runter. Ja, das war's. Junge. Da kommt immer so ein Burren. Ja, aber der hat halt auch kein Holz mehr. Mann. Aber Holz ist halt kacke, ne? Wir brauchen jemanden, der sich mit dem Spiel richtig auskennt. Wir kennen uns ja, außer wir sind einfach viel zu dumm. Hallo? Nein, ich mein High-Level-Leute oder so. Die richtig kranken Sachen haben. Können wir auch alles lernen. Wir brauchen nur Zeit. Abgehoben von 90. Das sieht eben schöner aus. Wie wir einfach straight auf der Insel zugefahren sind. Öl. Das ist halt nicht mein Auto. Aus dem Posten, oder? Ich hab keine Ahnung. Yeah. Ich warte jetzt auf die Meerjungfrau und dann spawnen einfach neu. Werde geht. Einfach neu spawnen, okay. Das ist keine Meerjungfrau, das ist Meerjungmann. Ja, wie auch immer. Oder Meerjung-Trans. Äh, ja. Ja, die haben ja keine Geschlechtsargeleine, weißt du? Emre, guck die Löcher an, anstatt irgendwas zu machen, ey. Hey, lüg doch nicht. Ich hab's doch gesehen, Allah. Schlimm dich, Emre. Schlimm dich, Emre. Schlimm dich, wenn es die Töne mal machen. Hey, wo sei die überhaupt? Im Wasser ist ne Meerjungfrau. Was? Genetics Support, sagt er, ist High-Level. Stimmt das? Ja, jetzt werden wir nicht irgendwie rauskicken von uns, oder? Wunder die Schlange stirbt nicht. Moritz, tut mir leid, aber... Team hat Vorrang. Ja, Emre streamt, Karin streamt. Ja, ich stream auch. Äh, naja. Du streamst? Ich hab ne Mission erhalten. Hey, ich hab ne Ruhe gerade hier bekommen. Ich hab ne Mission erhalten. Ich auch. Ich auch. Geil. Oh, Schweinchen. Schweinchen-Babe. Wo seid ihr denn überhaupt, Leute? Hier oben auf der Insel. Oh, hier ist ne fucking Schlange. Ich leck mich am Arsch. Halt mich. Noch ein Weg nach oben. Bei mir ist ne Munitionskiste. Geil. Oh. Wollte ne geile Kiste sein. Arschgraue Truhe des Schiffbrüchigen. Arschgrau? Oder, oder... Ja, ich hab... Ich hab hier... Ich hab hier auch ne Ruhe des Schiffbrüchigen, aber... Das ist anscheinend kein Handelsaust. Ich bin grad auf dem Trip gerade. Ich bin grad auf dem Trip. Ich wurde von der Spinner gebissen. Oder ich hab ne Kiste, Mann. Ja, ja, ich hab auch ne... Gamer, dann lass uns die Kisten am besten, äh, auf unser Schiff bringen. Da hat grad jemand geschossen. Ja, das war ja... Ja, aber ich... Unser Schiff... Und der Schiff ist im Wasser vorne. Äh, ich sterbe grade. Warum? Gift. Boah. Hat sich... Hat... Hat... Hat ja auch gerade eben. Musst du essen. Wer schiebt, Digga? Ich nicht. Wo bist du überhaupt? Wo bist du überhaupt? Auf der Insel. Wo bist du überhaupt? Jungen, die Sklette schießen. Ich hab grade geschossen, Digga. Wo ist unser Schiff, ja? Da ist ein Sklette mit der Waffe. Ja. Was für doll. Ey, da hinten ist der Totenkopf. Oder dahinten? Dobi. Theoretisch, ja. Aber da werden die anderen jetzt sein. Gegen die haben wir einfach keine Chance. Ja. Ja, stimmt. Sie sind zu gut. Wir haben ja noch Anfänger dabei, das ist das. In dem, ja? Oder... Wo ist unser Schiff, Mann? Ich bin am Schwimmen. Ich... äh... Warum ist der... Ich hab grad meine Sachen schon... Und da hat ne Truhe in der Hand. So, ja. Der andere vielleicht... Bist auf der anderen, auf der falschen Seite schwimmen gegangen. Weil ich hab... Ich bin einfach... Ich bin einfach um auf die Insel rauf. Und dann hab ich uns gleich gesehen. Loll, wir fährten damit nur Ruderboot. Ich? Ach, du bist das mit dem Ruderboot wild. Seh dich. Seh dich, Tobi. Ich warte jetzt hier mit der Truhe. Ah, boi. Ah, da ist der Moritz. Da ist irgendwie ein Schwarzer. Ja, wo ist der Türke? Der Türke... Der schwimmt irgendwo. Der schwimmt irgendwo. Hey, das ist da auch ein NPC. Hey, da oben ist so ein... Ist so ein... Feuer... Ja, da war ich gerade, da ist nix. Pension erhalten. Ja, ich hab gerade so ein Ding gefunden. Oh, nice. Ich suche nach... Wies... Wir müssen nach... Wir müssen nach... Sindar... Islet. Der Emre bist du jetzt. Ähm... Bruder... Ach, Mann. Ich weiß nicht, wo ich bin. Emre ist jetzt auf maximal lost. Ja, Mann. Was soll, Digga. Ich kann die Truhe nicht verlassen, Bruder. Ja, wo bist du denn runtergesprungen? Verlassen, Digga. Hol dir die Truhe, Emre. Ja, hab ich, aber was soll ich dann machen? Zum Schiff kommen. Aber wo ist unser Schiff? Der hier. Ja, wo hier? Ja, wo sie sind. Wo bist denn du? Wahrscheinlich auf der anderen Seite der Insel. Ja, dann geh doch aufs Land und geh quer über die Insel. Jetzt sind echt so. Ich glaub, Emre ist nicht auf unserer Insel, weil bei ihm ist dunkel und Regen, bei uns ist hellster Sonnenschein. Ja. Ja, und dann scheiß auf die Truhe und benutzt einfach Meerjungmann. Oh, klar. Der ist ja nicht in die Meerjungfrau gegangen. Ah. Die ist jetzt weg. Nein, die ist nicht weg. Sie ist weg? Die ist verschwunden. Ja, dann bring dich um. Hau einfach runter und du bist kein Luftmarkießen. Oh. Hey, warum haben wir hier eine Truhe? Eine Ruheabrot. Weil ich jetzt Ruhe gefunden hab auf der Insel. Kann der du X machen? Scheiß, ne? Ja, dann scheiß auf Emre. Los geht's. Scheiß auf Emre. Es hört sich so böse an. Ja, sorry, aber. Scheiß auf Emre. Hilfe. Haut er raus. Warte mal, Moritz mit dem Anker. Wir müssen erst mal ne Mission hier auswählen. Ja, das können wir... Ja, warte. Hab ich. Lass dafür abstimmen jetzt. Ja. Ähm. Karim, unten einmal abstimmen bitte. Ja, bin aufm Weg. Danke. Scheiße, ich kann den Christian mitnehmen. Scheiße, warte mal. Abgemacht. Emre, du kommst eh nicht zu uns. Doch, Bruder. Ich hab ein Boot. Er weiß aber nicht, wie man es benutzt anscheinend. A und D ab. Also A und D auf einmal immer drücken. Excel, ich lass... Loslassen. Ich mach das mit. Das mittlere Sägel lass ich oben, ja? Mit was siehst. Ja, stopp. Das reicht schon. Toll. Danke. Aber das vorderste kann ich nicht runter machen, ne? Ja. Ja. Lass mir mit der Katze auch noch ein Stück runter lassen. Okay. Sag Bescheid. Ja. So? Noch, noch, noch. 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 Stopp. Wir müssen nach Nordosten. Nach Nordosten, ne? Ja. Okay, mach ich. Genau Nordosten oder Nord-Ost? Ja, ne. Genau Nord-Ost. So. Das ändert sich hier immer ein bisschen, aber es ist ziemlich genau Nord-Ost gerade. Du kannst die Kiste mitnehmen. Du kannst die Kiste mitnehmen. Du kannst die Kiste mitnehmen. Bruder! Nein! Was passiert? Mach! Was hast du getan? Was tut? Ja. Es läuft gut. Dann kommst du zu uns. Mein Boot ist... Nein! Hast du gekentert? Mein Boot ist... Down. Ja, schade. Passiert. Hat's denn schwimmen? Es reicht, Alter. Es reicht. Selbstmode ist da. Selbstmode ist da. Al-Qaida. Auch so mit Sprengstoffgürtel oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sag jetzt aus dich aus, ne? Hä? Ich will nicht einfach. Sag jetzt nicht Tobi aus. Oh, 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 oh. Ich mach Tittenklatscher. Ich liebe es, unterdeckt zu sein. Wir sind nicht so alleine. Der schwarze Möbel die Musik spielen! Okay. Mit der Trommel, mit seiner Kongo-Trommel. Oh, ja. Wir müssen minimal nach rechts, damit wir nicht in den Dings reinknallen. Wir fahren da nicht rein, ich hab alles genau bemessen, Junge. Ich hab Geometrie studiert, Alter. Käpt'n, das sind nicht für dich. Ja, wir können die Festung nicht machen, weil die Profis, die werden den schon machen. Die ficken uns halt, easy. Ja, wir wurden eben schon ein paar Mal gefickt. Oh ja. Ey, ist auch echt ein High-Heaven-Boy bei uns. Ja. Also, Excel. Nee, sag mal so, genetic, wenn du noch länger wach bist, und die anderen irgendwann schlafen gehen, können wir heute Nacht mega durchziehen, wenn du Bock hast. M-Rim musst du morgen arbeiten? Ehrenmal, ja. Belastend. Dann hole ich auch den, äh, den, äh, Captain Crape-Art, der, äh, der, äh, Ultra-Krass-Donated hat. Der, äh, ist ja auch Ultra, der, äh, der krasse, äh, Sea of Thieves-Boy. Okay. Ja. Das ist ein Felser, ja? Was? Aber wir sind noch rechts. Nein! Junge, ich habe Geometrie studiert, alter, auf der Berufsschule für Hauswirtschaftslehre, ja? Schau dir an. Ja, wir kommen perfekt daran vorbei. Und da will mir noch einer erzählen, hier, ich hätte Hauptschullniveau. Ja. Das ist Hauptschullniveau. Hier. Schau dir das an, alter. Puh. Pah. Spuckaufgefällst, alter. Hallo, Nick. Servus. Cari, dann bleibst du halt wach? Äh, lange. Solange ich, solange ich halt kann, ne? Wie, was meinst du mit kann? Solange ich halt wach bin. Ich finde das krass. Junge, als, 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 als Vollzeit-Arbeit-Sosa, wie ich mich immer, äh, betiteln möchte, äh, ist das halt nice, weil ich muss halt nicht schlafen. So, ich kann halt wach bleiben. Ich auch. Halt! Stopp! Moritz! Fass mein Ding grad nicht an, Junge. Hör auf! Ich hab alles eingestellt, Mann. Ja, das war mal falsch eingestellt. Äh, Nick, das, das ist Excel. Noch ein bisschen weiter nach rechts. Nicht! Und, Excel ist ein Typ. Alter. Ne, Kollege von... Was heißt du genötigt? Dill. Ja, wie tanzt man denn? Mit Ypsack. Marag, oder? Du weißt, Marag? Ah, hier, ja, steht da. Okay. Meinst du zufliegen? Oh! Der Dicke tanzt! Junge, wie sieht das aus? Der Dicke tanzt! Ey, was ist los? Schau mal bitte, ob ich dich jetzt angenommen hab. Ey, Pipi? Bei jedem Sub, der jetzt reinkommt, musst du so vor der Kamera tanzen. Ja, genau. Und zwar auf Oberkörper frei, Digga. Diese schlanken Beine und dieser frariale Oberkörper. Weiter nach rechts. Wie im Real Life, Digga. Wie im Real Life. Ein bisschen weiter nach rechts. Du sagst Nord Ost, ja, und im Endeffekt fahren wir noch Richtung Osten. Ja, stopp, stopp, stopp. Ja, am Anfang. Jünger. Ja, Genetic. Alles, was XP und Geld bringt. Money, money, money. Richtig durchstarten. Hast du noch irgendwelche anderen Tanzmoos oder so? Also, der Nächste, der aus unserer Gruppe hier pennen geht, der wird dann ersetzt durch Genetic Support. Ja, okay? Ja. Nice. Jetzt geht auch noch Osten. Oh, wie nach genau Osten. Jünger, du sagst Nord Osten. Was bist du denn bitte? Jünger, wisst ihr die ganze Zeit? Wir waren richtig weit weg. Wie er sich freut. Oh, geil. Neues App. War krass. Jetzt verschätzt. Ich muss jetzt direkt nach Osten. Naja, jetzt stopp, stopp, stopp. Wie stopp? Stopp. Halt! Wir müssen die Segel, äh, Dings ändern. Danke, ich kann gut tanzen, ne? Halt dich doch. Die ganzen Segel nach rechts, bitte. Guck mal, ich bin Steuermann, ja? Und muss alle Segel selbst setzen. Weil Karin und Emre sich gegenseitig am Schwanzmuck spüren. Ja, da musst du ein bisschen was tun. Du wirst jetzt nicht schlafen haben. Wir mussten uns anschreien. Ich hab mich schlafen gedenkt. Ja, ich glaub, mit denen musst du uns anschreien. faules Stück, äh, 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 Kohlebrikett, alter. Jetzt macht doch mal die Segel, bitte. Ja. Oder ich werd euch alle über, äh, über die Planken schicken, äh. Wohin denn? Rechts vor dem Weg. Eil! Ja, natürlich nach rechts. Ja, ist doch schon meins. Ja, klar. Ja, das hab ich gemacht gerade. Alle komplett nach rechts. Du sagst immer nach rechts von hier links. Bitte schrei nicht zu schlafen gerade. Ich muss los. Ich weiß immer, wenn ich will, ja? Ich lasch schon wieder so viel, dass ich am Schwitzen bin. Kennst du das? Ja, Mann. Ich schwitz immer. Ja, das ist mir eh klar, ne? Das ist ja auch ein Problem der Dicken. Oh ja. Ein Sturm! Steht, zieht auf! Ja, egal. Das ist egal, findest du? Ich find's nicht egal, weil das ist wieder heiß. Ich darf gleich wieder Planken schleppen. Der ist der Vulkan. Warte mal, ich muss mir mal kurz schon mal Holzplanken ins Ding packen. Bleibt dobi, fand ich den Vulkan. Ah, hab ich sogar schon. Ne, hab ich nicht. Wie sieht denn das aus? Uh, yeah. Ah ja. Warte, Emre, Emre. Schau mal nach vorne. Schau mal nach vorne. Und dann halt mal links, linke Maus, dass du dir gedrückt. Linke Maus hast, ne? Ja. Ich möchte Emre in den Vulkan werfen. Äh. Wieso, eh? Gedrückt lassen. Äh, Emre, du wolltest doch immer schwarz werden. Du musst... Ne, ähm, linke Maus, das nicht rechte. Warte. Warte. Ist das Game geil? Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir. Das Hebel in die Hand und dann halt mal die Taste gedrückt. Mausdaste. So, was soll ich nehmen? Mein Schwert, oder? Die Hand hat's gedrückt lassen. Linke Mausdaste. Er ist nur noch ein Monster zwischen, Alter. Äh. Du bist da... Ich hab schon vier Monster in uns. Und ich will das seit 9 Uhr machen. Emre ist über Bord. Tschüss, Emre. Ne, ich bin da. Ich bin da. Was? Piss dich. Du edelnloser, ne? So sind halt die Österreicher, ne? Ah ja. Sagt ja der Österreicher. Der osmanische Österreicher. Der osmanische Dicke. Kripp mal bitte alle auf E. E, wieso auf E? Auf E, okay. Das erste, ja? Ja, das erste. Dann? Das mit Jessica Bonebreaker und Captain Buccaneer Brittle. Mhm. Kürzlich auf Cinder Islet, oder wie das heißt. Da fahren wir jetzt hin, ne? Ja, klar. Es gibt mega die heftigen Totenköpfe, ne? Weil das Papier leuchtet schon so krass. Ja. Und wo ist die, äh, Schindler, äh, äh, Schindlers Liste? Direkt so. Neue Schottenkonsultan. Alter. Junge, jeder macht direkt so, als wäre Schindlers Liste irgendwas mit Hitler. Ja? Und gebannt. Wenn ich mit dem Finger schnipse, stehst du plus 5 auf Schindlers Liste. Also, erzähl mir jetzt nix. Was? Warum fahren wir so langsam? Das ist der Vulkan. Ja. Schindlers Liste ist der Vulkan. Nein, das ist das vor uns links. Ne, ne, oder? Nein! Da ist, guck doch oben, das ist, das mit dem Vulkan. Schindlers Liste ist das mit dem Vulkan, Junge. Erzähl mir nix. Erzähl mir nix. Wir sind da. Wo denn? Wo? Wo ist denn da? Hier ist doch gar nix. Das ist, das ist Schindlers Liste? Das ist Schindlers Liste? Ja! Lull. Ach, fuck, hab richtig verfehlt. Ehrenmann auf jeden Fall. Wo? Wo bist du hingeflogen, der? Ja, irrenkuchen. Kein Name. Ich merke das schon. Aber was sind da für krasse Vulkaner? Da ist wahrscheinlich voll der krasse Lute. Kommt da wieder raus? Ne, ne? Lassen. Geil. Jawoll! Schindlers Liste! Junge! Das ist ja mal... Oh, fuck! Ich bin tot! Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er! Ich bin tot! Oh mein Gott! Da ist wer? Kellerwerter, Junge! Das sind zu Geysihrer! Ja, Leute, ich bin grad von so einem Geysihrer gestorben, weil der hat mich hochgedrückt. Dings, hab mich gestorben. Cool. Junge. Ihr müsst auch aufpassen, wo er hinläuft, ja? Stehst du plus 5 auf Schindlers Liste? Da ist ne... Holzkiste? Ja. Wir müssen jetzt die Skelette da unten. Ja, wir müssen jetzt die Skelette da unten. Ja, wir müssen jetzt die Skelette? Ja, wir müssen jetzt die Skelette. Ja, wir müssen jetzt die Skelette. Glauben wir sehen. Da, da ist es ja. Ah, die kommen jetzt gerade raus. Ich komme, Pliad. auf den vulkan leck mir leck mal betont